Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, eins müssen wir auch einmal erwähnen hier, die Kernenergie hat dazu beigetragen, dass über Jahrzehnte lang hier in unserem Land die wirtschaftliche Entwicklung vorangegangen ist. Aber wir haben mit den Reaktorkatastrophen vom 11. März 2011 in Fukushima, mit der Katastrophe vom 26. April 1986 in Tschernobyl, festgestellt, dass diese Energieform eine hochgefährliche ist, dass diese Energieform nicht zukunftsfähig ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich persönlich als Landwirt kann mich noch ganz genau an die Zeit nach Tschernobyl erinnern. Im Frühjahr freut man sich darauf, dass die Pflanzen wachsen, dass man die Weidetierhaltung in Schwung bringen kann. Und plötzlich steht man vor der Herausforderung, die Pflanzen auf den Feldern dürfen nicht verfüttert werden. Wir müssen sie untersuchen, ob sie strahlenmäßig belastet sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt uns, dass Strahlen keine Staatsgrenzen kennen. Und deshalb haben wir uns im Deutschen Bundestag dazu entschlossen, die Energiewende zu gestalten. Wir müssen alles daran setzen, dass diese Energiewende auch zum Erfolg führt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Wir sind jetzt in Deutschland in der Lage, 40 Prozent des Stromes aus erneuerbaren Energien zu liefern. Ich darf hier auch in aller Bescheidenheit anmerken, dass wir in Bayern bereits bei 45 Prozent sind. Und wir müssen hier diesen Weg konsequent weitergehen. Das geht aber nur mit der notwendigen Akzeptanz, mit der notwendigen Marktfähigkeit, mit der Grundlastfähigkeit und mit dem Einbinden der gesamten Bevölkerung. Und nur dann, wenn diese Energiewende zum Erfolg kommt, wenn diese Energiewende in Deutschland ein Erfolgsmodell ist, dann ist es auch ein Exportmodell für andere Länder, die heute noch auf Kernreaktoren setzen. Und deshalb müssen wir alles daran setzen, dass wir mit der Energiewende erfolgreich sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch... Ich möchte auch... Wissen Sie, ich muss doch mal hier erwähnen, der Betrieb eines Kernreaktors ist das eine. Das Entsorgen dessen, was überbleibt, ist das andere. Und ich bin überzeugt, in den Tausenden von Jahren, weiß ich nicht, ob es noch einen Deutschen Bundestag gibt, hoffentlich auch die eine oder andere Partei nicht mehr, aber ich weiß, dass der Atom noch strahlt. Und deshalb müssen wir heute daran arbeiten, Lösungen zu finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir jetzt sagen, wir steigen aus allen Programmen aus und wollen mit Gewalt quasi unsere Nachbarländer dazu zwingen, aus der Kernenergie auszusteigen, das geht nur im Miteinander. Das geht nur dadurch, dass wir sagen, wir haben Erfolg mit unserer Energiewende, und wir zeigen es den anderen Ländern. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade im Umfeld von Deutschland sind auch viele Reaktoren am Netz, die uns beschäftigen, die wir auch dann in kontrollierter Art und Weise mitbegleiten können, wenn wir in diesen Programmen, in diesen Institutionen weiterhin aktiv bleiben. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, können wir leider diese Anträge nur konsequent ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank.